Das habe ich ja nie gesagt. Das habe ich auch nicht mal gedacht. Das hast du mir auch nicht gesagt. Das ist natürlich so eine Situation. Ja, ich habe es mir auch nie gedacht. Ja, und das hat sich ja nicht gedacht. Genau. Und dann stellen wir uns sehen und dann bekommen wir schon noch Bilder. Ich verstehe es total. Und die Wiese bei solchen Sachen ist immer, wir müssen bekommen, was wir bekommen können. Plätze so gut wie möglich. Und dann arrangieren wir uns. Und ich glaube, wir haben zumindest drei gute Plätze bekommen. Ja. Und wir werden mich nicht irgendwo alleine stehen lassen. Das habe ich ja nie gesagt. Das habe ich auch nicht mal gedacht. Das hast du nicht gesagt. Nee, ich habe es mir auch nicht gedacht. Das ist natürlich so eine Situation. Ja, ich habe es mir auch nie gedacht. Ja, und wir werden mich einfach irgendwo alleine lassen. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum er mir das jetzt sagt. Weil um das geht das nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich mache. Ich verstehe Conor, warum er sich aufregt. Weil es mich auch immer nervt. Wenn Leute nicht das betreiben, was es will. Aber du tut einem auch weh, wenn man von dir da so behandelt wird. Ja. Es tut ja nicht weh. Natürlich nervt es. Es geht einfach nur das Prinzip. Es nervt uns auf alle. Dass die einfach nicht... Man muss denen hundertmal alles sagen, damit sie was verstehen. Ja, aber das gewöhnt sich schon mal dran. Es ist immer so, die Leute sind nicht fähig im Foto machen. Es geht weder darum, dass ihr mich alleine lassen oder sowas. Weil das interessiert mich nicht. Die können mich auch dort stehen lassen. Nein, das könnte... Ich finde schon, dass dir das zu nicht stehen würde, wenn wir was tun würden. Weil ich würde genauso ausfallen. Ganz ehrlich, aber das... Leute, ihr müsst jetzt von Mika und Ela ein Foto machen. Eines habe ich gemacht, ja. Eines habe ich gemacht. Aber auch hier. Das ist immer rechts. Michaela, einmal noch vier bitte. Michaela, einmal noch vier bitte. Michaela, einmal bitte. Komm mal nach rechts, beide. Ganz mal rechts. Ja, dann zeig mal hier auf dem anderen. Im Prinzip alles scheiße. Ja, ist doch scheißegal. Wenn ihr die ganze Zeit Interviews gemacht habt, dann ist es so. Also Seating war vor fünf Minuten. Ja, aber drinnen irgendwo, ne? Conrad macht besser, ja. Die Kamera. Dann einmal hier in die Mitte bitte. Dann einmal hier in die Mitte bitte. Ja, aber das ist gespräch. Hier riecht mal auf. Ja, das war schmerz. Ja, so. Rauchenpondition. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Die Bisschen. Wer wird jetzt kurz? Die Bisschen. Ja, aber das ist doch lustig. Die Bisschen. Die Bisschen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.